Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video und schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Könnte dieser Duft hier besser sein als Tom Ford Bodejour, mein persönlicher Lieblings-Barbershop-Oldschool-Fougere-Duft? Das ist die Frage, der ich heute gerne nachgehen möchte und deshalb schon mal herzlich willkommen zu dem heutigen Video. Und eigentlich sollte heute ein Video über Parfum-Dubes kommen, was seit einer Woche auf meiner Festplatte liegt, aber dann habe ich letztes Wochenende diesen Duft jetzt zum ersten Mal auf der Haut getragen. Und was soll ich sagen, Leute? Ich bin so begeistert davon, dass ich das einfach heute mit euch teilen musste. Es geht natürlich um einen Giardino Benessere-Duft, nämlich um den Mr. Colonia, ein Duft, der letztes Jahr rausgekommen ist und den ich bis jetzt noch nicht kannte. Und ich kenne dieses Parfum tatsächlich von der Parfummesse in Mailand, die vor zwei Wochen stattgefunden hat. Und das Witzige ist, da stand er beim Abendessen einfach vor mir. Wir hatten schon einiges getrunken und haben da einfach dann mal uns der Parfums bedient, die da rumstehen. Ich habe mir den Mr. Colonia aufgesprüht. Als ich dann wieder zu Hause war, lag der Flacon einige Zeit bei mir zu Hause rum. Und ich habe ihn aber nicht vergessen und habe ihn dann jetzt letztes Wochenende nochmal aufgesprüht. Und was soll ich sagen, Freunde? Es ist einfach ein absoluter Traum für alle Fans von Barbershop- bzw. Fougere-Düften. Denn dieser Duft hier hat richtig krasse Oldschool-Vibes. Und tatsächlich ist dieser Duft einfach so viel besser als mein bisheriger Favorit von den Barbershop-Düften, der Tom Ford Bodejour, der mit Lavendel, Kräuter, Vetiver und Patchouli arbeitet. Dass es einfach wirklich nicht mehr normal ist, Freunde. Und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, denn ich hatte das von dieser Marke tatsächlich nicht erwartet. Ich habe die anderen Düfte von Giardino zwar seit einiger Zeit schon in meinem Shop, aber ich muss ehrlich sein, ich war immer so ein bisschen skeptisch. Weil ihr seht das Ganze, ja, vom Flacon her, das ist sehr, sehr basic, um es mal so zu sagen. Und sehr, und wirklich sehr, sehr minimalistisch. Und ich war mir nicht sicher, ob sich das lohnt, für meinen Shop jetzt vielleicht noch weitere Düfte aufzunehmen. Und ich war da einfach ein bisschen skeptisch, was jetzt die neuen Releases angeht, weil ich mir dachte, okay, ich muss die jetzt nicht unbedingt testen, ja. Aber jetzt war der Flacon halt da und dann habe ich gedacht, komm, schlägst du zu. Aber tatsächlich, ich habe das ja schon ein paar Mal erzählt von der Marke. Das ist eine Marke, die gehört zu Tiziana Terrenzi. Das bedeutet, die Qualität, die in diesem Flacon hier drin steckt, von den Parfumölen, ist dieselbe wie bei Tiziana Terrenzi. Also wie bei Kirke und Nero Uth und Moro di Venezia und die ganzen Düfte, die ich persönlich von Tiziana Terrenzi so gerne mag. Und tatsächlich merkt man das bei diesem Duft hier ganz, ganz ausgesprochen. Bodejour war ja ursprünglich mal in dieser teuren Private Blend Reihe von Tom Ford drin. Mit 200 Euro die 50 Milliliter. Dann haben die den günstiger gemacht. Und ich finde es ehrlich gesagt einen absoluten Witz, dass dieser Duft hier günstiger ist als Tom Ford Bodejour. Ich habe nämlich heute nochmal nachgeschaut auf Idealo. Und der liegt gerade aktuell, glaube ich, bei 112 Euro. Das günstigste Angebot. Und dieser Duft hier liegt eben bei 100 Euro. Was, finde ich, ein absoluter Witz ist für die Qualität, die hier einfach drin steckt. Jetzt aber mal die Frage, die euch alle natürlich interessiert. Wie riecht das Teil, ja? Wir haben bei Bodejour ja Lavendel, Vetiver, Patchouli und aromatische Noten. Das heißt, das ist so ein typischer, maskuliner Fougere-Duft. Und im Gegensatz dazu ist eben der Giardino Benessere-Duft ein Parfum, was ein bisschen frischer startet, was dann im weiteren Verlauf aber so diese typische Moschus-Barbershop-Note hat. Und das Coole ist eben, dass der Duft deutlich frischer startet. Ich finde, man hat direkt von Anfang an so einen richtig frischen Barbershop-Kick, der einen so ins Gesicht trifft. Und dann im weiteren Verlauf entwickelt der Duft sich nicht so Lavendel-artig, sondern eher so ein bisschen seifig, pudrig, moschusartig, ehe er dann am Ende mit so einer richtig cremigen Sandelholz-Basis endet. Wir wissen ja auch, dass Sandelholz wirklich sehr teuer ist. Das ist ja auch in meinem eigenen Parfum drin. Und das merkt man auf jeden Fall auch raus, dass diese richtig cremige, dunkle, würzige DNA bis zum Ende bleibt. Und es ist tatsächlich aber dann so, dass dieser Duft einfach deutlich frischer startet und dann im weiteren Duftverlauf so diesen seifigen Törn nimmt. So ein bisschen von Rasierseife. Und das finde ich persönlich einfach sehr, sehr schön. Was mir persönlich auf jeden Fall aufgefallen ist, ist dieser typische Vintage-Charakter. Also wenn ihr so Düfte wie Anteos von Chanel kennt oder diese alten Chanel-Düfte, die aus den 70er, 80er Jahren kommen oder zum Beispiel auch einen Kuros, wobei dieser Duft hier nicht so stinkt wie Kuros, das möchte ich an dieser Stelle ganz klar sagen, sondern eher so diesen seifigen Charakter hat von den Düften, die in dieser Ära rausgekommen sind, dann wisst ihr ganz genau, was ich meine. Ja, es geht nämlich einfach in dieses richtig seifig, opulente und Rasierseifenartige, was diese Düfte häufig haben. Nur eben mit einem wirklich, wirklich frischen Opening und einfach auch einem super schönen wandelbaren und sehr, sehr schönen Duftverlauf. Was ich bei Tom Ford Bodejour immer sehr gerne gemocht habe, ist einfach die tolle Haltbarkeit von diesem Parfum. Und ich fand es ehrlich gesagt ein Witz, wirklich ein Witz, dass die von 200 Euro runtergegangen sind auf ungefähr so 120 Euro und dabei einfach die Parfum-DNA kaum verändert haben. Der Duft ist ein bisschen synthetischer geworden, ist ein bisschen schärfer geworden, aber nicht besonders viel. Und wenn man das Original in dieser hochpreisigen Variante nicht kannte, dann hätte man das gar nicht auseinanderhalten können, wenn wir ehrlich sind. Und ich fand da immer toll, dass der Duft lange gehalten hat, dass er diese typische Barbershop-DNA hatte mit Lavendel und Vetiver und Patchouli. Und deshalb war ich ehrlich gesagt umso überraschter, dass dieses Parfum hier auch von der Haltbarkeit her noch besser ist als der Tom Ford Bodejour. Denn tatsächlich riecht die DNA deutlich natürlicher, deutlich sanfter, nicht so scharf. Und ist auf der anderen Seite aber witzigerweise stärker haltbar als der Bodejour. Was echt auch sehr, sehr krass ist, weil dieses Parfum hier locker 10, 12 Stunden durchhält. Und man eben am Abend sogar noch, wenn man das morgens aufgesprüht hat, immer nochmal so einen leichten Vibe davon einfach mitbekommt. Und das sind jetzt eben auch die Gründe, warum ich mich dazu entschieden habe, dieses Parfum hier in meinen Shop langfristig aufzunehmen. Das heißt, wenn ihr euch dafür interessiert, schaut gerne in die Beschreibung rein. Da steht der Link zu meinem Shop drin, direkt zu dem Produkt. Und ich finde es persönlich einen absolut krassen Barbershop-Duft für Leute, die einfach auf diese oldschool, seifigen, moschusartigen und einfach sehr, sehr maskulin, männlichen Düfte stehen. Und ich finde es ein absolutes Meisterwerk. Ich finde auch geil, dass er so frisch einfach öffnet. Und deshalb sehe ich persönlich diesen Duft auch sehr, sehr stark im Frühling an mir. Und ich finde es eine absolute Top-Empfehlung für einen Preis, der eigentlich ein Witz ist für das, was drin ist. Und deshalb, ja, wie gesagt, alle Infos dazu findet ihr in der Beschreibung. Also geht er doch jetzt gerne mal drauf. Abschließend natürlich noch meine Frage, welcher Duft ist für dich dein Lieblings-Barbershop-Duft? Ist es vielleicht sogar der Bode Jura oder ein anderer? Schreib mir das gerne in die Kommentare rein. Ich bin sehr gespannt auf deinen Input. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, dein Kai.